Geben das Geld, das wir einnehmen, geben wir den Menschen zurück, weil dann ist das nicht nur Klimaschutzpolitik, sondern dann ist das soziale Gerechtigkeit, wenn man pro Kopf auszahlt, an Vater, Mutter, Kind oder Mutter, Mutter, Kind, Kind, dann kriegen die nämlich viermal das Geld. Und wenn die nur ein Auto haben, dann kriegen die trotzdem viermal das Geld. Das nennt man klimagerechte Politik, die nicht sozial ist, gegen Klimaschutz fällt, sondern beides zusammensetzt. Es steht hier, das aufgerechnet in dem Moment, wo wir darüber reden, wie schaffen wir Elektromobilität auf unsere Straßen zu bringen, wie schaffen wir es, dafür zu sorgen, dass Bauern von ihrer Hände Arbeit auch leben können. Einigen in unserem Land dann einfällt, insbesondere einigen anderen Parteien, ja, es gibt auch niedrige Landen, ja, es gibt auch Kinderamt, ja, es gibt Menschen, die eben nicht genug verdienen, damit sie ihre Familie ernähren können. Aber den kann ich nur klar und deutlich sagen, dann führt endlich ein gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro ein, dann führt endlich eine Kindergrundsicherung ein und erhöht die Hartz-IV-Regelette. Niemand in der Welt hindert heute daran, eine gute Sozialpolitik zu machen. Und niemand hindert uns daran, zu sagen, wenn wir alle Steuern zahlen und davon lebt ein Staat, wollen wir genau putzen, wo geht eigentlich dieses Geld hin? Investieren wir da rein, dass einige, die sehr, sehr viel Geld haben, ihre Steuern senken können? Oder investieren wir in gute Kitas und Schulen? Investieren wir in Schwimmräder, damit jedes Kind in unserem Land auch wirklich schwimmen werden kann, und man nicht einen sehfährlichen Kurs für 150 Euro zahlen muss, sondern dass das rege Bestandteil von Schulunterricht ist? Investieren wir in unsere Eisenbahnrunden? Investieren wir in Klimaschutz? Das ist eine Entscheidung, das ist eine Wahl, die können wir gemeinsam als Gesellschaft treffen. Und wir glauben, es ist wichtig, in diesen sozialen Zusammenhalt zu investieren. Und es ist richtig, dafür in die Infrastruktur investieren. Aber das nur zu tun, als fällt das Geld vom Himmel, das ist nicht nur eine falsche Politik, sondern da streut man uns allen Sand in die Augen. Wir können jetzt auf jedes Wahlpartei draufschreiben, für gute Kitas, für gute Schulen, für eine moderne Infrastruktur. Aber wenn ein Finanzminister nicht bereit ist, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen und eine Investitionsrede einzuführen, neben der Schuldenrente, dann wird es diese Investitionen nicht geben. Und das können wir unseren Kindern von uns selbst nicht tun. Und wir können uns auch entscheiden, das war eine Frage, wir können uns auch entscheiden, wer wir in Europa sein wollen. Natürlich kann man eine Außenpolitik, eine Europapolitik betreiben, wo man immer sagt, Ja, wir würden ja gerne gemeinsam dafür eintreten, für unsere Werte in Europa. Wir würden ja gerne gemeinsam dafür eintreten, für eine humane, auch geordnete, natürlich müssen wir wissen, wer nach Europa reinkommt. Für eine humane und geordnete Schichtspolitik. Aber leider gibt es da eine Regierung in Ungarn, die will das nicht. Ich frage mich, was das mit Politik zu tun hat. Ich frage mich auch das, was das mit meinem Europa zu tun hat. Dieses Europa wurde immer darauf gebaut, dass mutige Menschen, einige von ihnen, was vielleicht als Kinder noch mit dabei, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg den Mut hatten, den politischen Mut hatten, dass aus Feinden wieder Freunde werden. Das war doch nichts vom Sagen, alle waren schon einer Meinung. Nein.